Musik Unser Nachbar kommt heute zum Essen. Zum Essen? Der Arme. Sie hat einen Fisch gekauft. Um 35 Euro. Um 35 Euro einen Fisch? Mami, warum habe ich denn nicht ein Spiel um 30 gekriegt? Mami, das ist furchtbar. Kannst du bitte damit auch noch etwas anderes einlegen? Schau mal, was ist denn da los? Unvollwahrscheinlich. Können wir nicht kurz hinschauen? Nein. Mama, bitte. Nein, Kathrin. Vielleicht brauchen sie dich. Ja, dann werde ich es früh genug erfahren. Und du schaust dir sowas besser im Fernsehen an. Und beeilt euch. Der Papa wartet sicher schon. Mami. Tschüss Jan. Viel Spaß. Und grüße an den Papa. Und Jan. Nicht zu viel Geh mal spielen. Und... Ja. Was ist los? Ja. Ja, ja. Ja, ich bin gleich da. Ja, ja. 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 In Zusammenhang mit den punktförmigen Einblutungen im Bereich der Augenbilder hatte, Dann würde ich es auf einen Angriff geben, wenn man rauskommt. Ja, kann man das vielleicht wechseln da? Danke. Na, du bist mir schon abgegangen. Und was machst du da? Ja, ich bin im Dienst, was soll ich machen? Meine Mutter ist zu Hause. Todeszeitpunkt? Ferntemperatur 36,2, als ob von einer Stunde hätte sie noch gelebt. Warum teilst du dir deinen Dienst eigentlich immer ganz genauso ein, dass dann deine Mutter bei den Kindern ist? Du hast von sieben Tagen in der Woche zwei Tage die Kinder. Servus, Chefin. Hallo. Die Tote heißt Valerie Leski. Einige Zeugen haben sie erkannt. Sie hat gleich da in dem Haus gewohnt. Ja, nicht im Erdgeschoss nehme ich an. Aber ob der Sturz die Todesursache ist? Schaut euch mal die Spuren am Hals an. Da tut mir gleich alles weh. Das ist nicht ansteckend, Franicek. Komm, wir schauen uns die Wohnung vom Opfer an. Ich muss nämlich weg. Wieso? Wohin? Die Kinder? Ja, die sind doch bei mir. Eben? Wann kriege ich den Bericht? Ja, ich beeile mich ja. Davon gehe ich aus, nachdem unsere Kinder bei dir zu Hause warten. Ja. 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 Ja.